Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben gestern sehr den ersten Sonnentag hier in Ägypten genossen. Den ersten Sonnentag seit September. Wir hatten nicht gedacht, dass es so warm hier ist. Und es war irre, irre heiß. Heute ist auch kein Wind und gehen heute ins Gebirge und sind den ganzen Tag im Gebirge unterwegs. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Aber es ist ganz gut, dass wir heute diese Wandertour machen den ganzen Tag, weil ich hatte ja beim Kiten die Schulter verrissen und dabei habe ich so eine Slap-Läsion mir zugefügt. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir heute wandern gehen. So, die holen uns jetzt ab. Und das alles hier? Das alles hier ist Meeresboden. Das war alles vor allem mit Wasser, mit dem Roten Meer. Alles. Hier liegen überall Muscheln rum. Hier hängt Kamelhaar dran. Wenn die Kamele das hier essen können, obwohl hier so Dornen dran sind. Hier sieht man nochmal ein paar von den Korallen-Versteinerten. Wir machen Lagerfeuer und können es noch nicht so verteilen. Wir hatten einen sehr langen schönen Kletter- und Wandertag und sind wirklich den ganzen Tag durch die Wüste und durch das Gebirge hier geklettert. Es war super, super ruhig und es war eine super schöne Tour. Einfach wirklich ein wunderschöner Tag. Bye-bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020